Halli, hallo und willkommen zurück zu Let's Play, Zelda, Majora's Mask, nach langer Zeit, für mich. Ja, im letzten Part haben wir den Dämmerwald-Tempel abgeschlossen, unseren ersten Dungeon, und ich baue hier gerade wieder Mist. Ähm, jedenfalls, ähm, haben wir dort auch die Deko-Prinzessin gefunden, die der Affe gesucht hat, und die wollen wir jetzt zurückbringen. Weil wir dafür auch eine Belohnung bekommen. Wo haben wir es denn eigentlich? Ja, auf der Unten ist es. So. Übrigens merke ich, bestimmte Grafik-Bugs werden von meinem Laptop produziert, und ja, ich war nicht ganz so nett zu euch. Trotzdem möchte ich jetzt hierhin. Und bevor sie hier den Affen kochen, oder braten, oder was auch immer, äh, lass mir jetzt hier die Deko-Prinzessin fallen. Was, 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 was? Das sind zu linken. Äh, äh, nein, 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 nicht mit dir reden, sondern ich will dir hier freilassen. So, dann machen wir mal aus. Und, sie steht mir im Gesicht? Auch da? Oh, meine Tochter, bin ich geliebt, doch, dann geht es ja auch gut, ich war so in Sorge. Okay. Oh, mein Tochter, warte! Das ist so geil. Ach, ja, dies ist ihn liebe ich so. Und dies so. Oh Gott, was macht die mit dem König? Ja! Was macht ihr hier? Lass den Affen auf der Stelle frei! Zu Befehl. Na, Auftrag erfüllt. Oh, Herr Affe, es tut mir über allemaßen leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen, aber was ist mit dem Tempel? Dank seiner Link ging alles noch einmal gut aus. Ich nenne dich also Link. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Haben wir doch gern gemacht. Als Deichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Okay, dann hätten wir das auch erfüllt. Ihr seht sie jetzt bereits hier wieder. Also alles ist wieder so wie vorher. Gut, dann holen wir uns jetzt unsere Belohnung ab. Und dazu hol ich mir auch mal die Hasenohren. Und ja, jetzt erwarten mich auch sehr viele Namequests mit dem Bogen, weshalb das etwas dauern kann, weil ihr wisst ja wahrscheinlich, ich und die Bogensteuerung verstehen uns prächtig. Und in Unruhe warten, wie gesagt, sehr viele Mini-Spiele auf uns, wo man halt sich auch Herzteilungen machen kann. Also es wird schon, ja, drei bis fünf Parts beanspruchen, bis wir in der Storyline wirklich so richtig weitermachen. Aber ja, hier ist, wie gesagt, dieses Schrein. Deku Schrein. So, ich mach das jetzt hier als normaler Link und mit den Hasenohren. Ansonsten ist es hier nicht so einfach. Link, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir für Deku etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dort hinführen. Ja, wir machen jetzt ein Bett drin. Bitte folgt mir. Aber da geht's gar nicht darum, schneller zu sein oder irgendwie, ja, halt den zu besiegen. Ähm, ach ja, die Dekus hier sind friedlich. Also die greifen eigentlich an. So, bis jetzt läuft's gar nicht mal so schlecht. Hey, hm, was machst denn du? So. So, man sollte dem auch folgen, denn das ist wirklich ein einziges Labyrinth. Naja. Was soll's. So, raus hier. Und weiter geht's. Ah, bleib hier. Übrigens kann man auch durch Feuer laufen. Man nimmt dann keinen Schaden. Und wenn ihr runterfallt, dürft ihr das Ganze nochmal machen. Und zwar wirklich alles. Also es gibt keine Checkpoints oder so. Ähm, ich glaub, es gibt nur ein paar Stellen, wo man wirklich Schaden nehmen kann. Aber, ja. Aber, ja. So. Also ihr seht schon, der ist ziemlich flink. Deshalb empfehle ich auch hier die Hasenohren zu benutzen und weil sie nicht hat. Der hat halt Pech gehabt. Beziehungsweise um es etwas hart auszudrücken. Verschissen. Ähm. Aber, nein. Solche Wörter benutzen wir hier nicht. Und ich stell mich grad selten dämlich an. Oh. Wartest du mal auf mich. Hey. Das war gar nicht so einfach hier. So, jetzt geht's hier auch mal um. Äh. Oh. Okay. Links. Okay. Hier lang. Ähm. Ja. Das ist eine von diesen Räumen. Ist eine dieser Räume, wo man Schaden nehmen kann. Das sollte man dem folgen. Ansonsten läuft man hier sehr schnell an eine Feuerwand. Übrigens kann ich jetzt endlich wieder öfter aufnehmen. Ähm. Da ich jetzt endlich zwei Wochen Ferien hab. Ja. Fixferien. Ähm. Wow. Boah. Das ist die andere Stelle, wo man sehr schnell mal Schaden nimmt. Und. Uh. Ich will fast in den Versprochen rein. Gerade hier ganz scharf nach links. Das weiß ich auch noch. So. Und jetzt kommt irgendwann so ein Abteil, wo man einen Bogen braucht. Ja. Genau das da. Zack. So. Warum hast du die Hasen ohne abgenommen? Ähm. Meine Güte. Ach so war ich. Ich hab versinkt, während ich den Bogen gespannt hab, versinkt den Hunden gedrückt. Ja. Das wird's gewesen sein. Ist ja auch egal. Wir schlagen uns ganz mal so schlecht. Ja. Und da ist auch bereits das Ziel. So. Jetzt kriegen wir unser furioses Geschenk. Gut gemacht, Link. Hier ist die Belohnung, die wir versprachen. Bitte nehmt sie an. Yay. Du hast die Maske der Düfte erhalten. Diese Maske erhöht deine Nase alles. Sein Gefühl. Also frag mich bitte nicht, was das für Wörter sind. Darin zur Ziel versteckt sich deine olfaktorische Wahrnehmung. Mhm. Ich weiß ja ganz genau, was das ist. Ich hab keine Ahnung. Pfff. Dann hab ich deine Nase kann... Nein. Deiner Nase kann nichts entgehen. Wenn ich euch mehr trachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Wie damals als mein Sohn noch. Äh. Bitte vergebt meine Unhöflichkeit. So. Jetzt kriegen wir hier ein blaues Licht. So. Du erhältst das Vermächtnis des Butlers. Du kannst jetzt den Schirm einsetzen. So wie bei Kirby. Haha. Nee, ähm. Ja. Jetzt brauche ich Ocarina. Denn jetzt gibt's so ein Minispiel im Sumpf-Info-Center. Nämlich, sobald man die Sümpfe befreit hat, also vom Gift, kann man in den Sumpf-Info-Center ein Minispiel spielen. Und ich mit meinem Bogen freue mich dann natürlich wieder tierisch drauf. Und wir werden ja sehen, wie ich mich schlagen werde. Okay. Okay. Obwohl hol ich mir noch eine Fee. Die gibt's ja hier. Dazu brauche ich allerdings eine Flasche. Am besten eine leere. So. Rück mal her. Äh. Raus. Bäh. Ja. Eine Fee. Übrigens tut's mir leid, dass ich in den Labyrinth, äh, den Labyrinth sag ich schon. In dem Labyrinth nicht die Texte von der Karte, dem Kompass und Schlüssel und alles vorgelesen hab. Ich glaub, da hatte ich einfach so einen Tag, da hatte ich einfach keinen Bock zum Vorlesen. Nicht so wirklich. Da hatte ich mehr Bock auf den Taschen. Aber ja, ich rede schon wieder über so sinnlose Dinge. Ah, ja. Die Attacke ist so geil. Also ich würde euch echt empfehlen, auch wenn's wirklich nicht so das mega geilste Geschenk ist, im Dämmerwald-Tempel alles hinzusammeln. Außerdem ist es nicht mal so schwer. Das Herz zerrungen wir uns übrigens da oben sehr spät. Jetzt geht's mir erstmal um was anderes. Und zwar spricht man die hier an. Nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Verlohnung spendiere ich dir eine Freifahrt. Oh, aber warte. Ja, genau wie ich dachte. Es sieht so aus, als wäre das Umfeld giftet worden. Warum probierst du nicht was interessantes aus? Ein Spielchen gefällig. Ich fliege auf meinem Bogen, äh, nein, Besen herum, Bogen. Und du versuchst das Ziel zu treffen. Klingt das nicht spaßig? Mal probieren. Na klar. Tiiiihihi, so soll es sein. Aber lass mich erklären, du zielst nicht auf mich, sondern auf das Ziel. Treff mich und ich werde richtig sauer. Ja, das ist wirklich so. Jetzt kann man nämlich auf diese Ziele schießen. Und wenn man zwanzig mal trifft, kriegt man ein Herz. Trifft man aber sie zu oft? Ja, das ist halt vorbei. Aber selbst ich mit meiner scheiß Steuerung schlage mich bis jetzt nicht mal so schlecht. Also wirklich nicht auf sie zielen, sondern auf sie. Also das sagt sie nicht umsonst und auch nicht zum Spaß. Nein, nein. Ich bin fast sie getroffen. Äh. 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 Jetzt ist es so über mich drüber geflogen. Wo ist er denn? Ich hab sie verloren. Ah, da ist er. Ja. 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 Das ist auch kostenlos. Und man kann es so oft ausprobieren, wie man will. Man muss halt bloß für die Bootsfahrt zahlen. Ja. Ja. So, komm schon. Ja. Ja, das ist so. 20 zu treffen ist gar nicht so schwer. Das ist so. Ja. 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 hab doch. Seh sie nicht mal. Sehr schön. 25. Sogar 26. Also das sollte auf jeden Fall reichen. Hau schon. Lass es reichen. 26, nichts übel wenn man mit denk. Nun gut, wie versprochen. Hier, nimm dies. Yay. Stand da gerade meine Energieleiste vorgearbeitet? War das nicht spaßig, solltest du mal wieder Lust auf ein Spielchen haben? Komm, du wieder. Tatsächlich, meine Energieleiste hat sich verarbeitet. Lustig. Naja. Oh, ich seh gerade Capsalware an. Okay. Jetzt kommen weniger spaßige Spiele. Äh, aber ich muss sagen. Oh, Leute, sagst schon. Ich, das hab mich doch gut gelöst. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn ihr findet, ich hab's gut gelöst. Ja. Wir können mir auch dann einen Daumen nach oben geben, wenn ihr das Video gut findet. Ja, ich und meine Logik hier. Okay, jetzt muss ich aber auch mal wieder auf die Zeit schauen. Aber ich glaub, ich nehm noch nicht mal so lange auf. Oh, Wolfos. Die erscheinen nämlich immer nachts. Warum setz ich eigentlich nicht meine Hasenohren auf? Ich bin doch so ein Genie. Okay, es wird schon langsam Tag. Äh, so, es wird halt heller. Etwas. Boah, das war knapp. Aber ist ja auch egal. So. Jetzt wird's schon etwas schwieriger. Äh. Gut, lassen wir's ihm Tag werden. Na, reiß ich hier wieder zum... Oah, scheiß drauf. Bitte lass es einfach nur Tag werden. Ach nee, ich bleib ja dort stehen. Doch, ich bleib dort stehen, oder? Nämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben noch 48 Stunden. Ach, ein Grafik-Bug im Sonnenaufgang. Ist das nicht schön? So, jetzt aber rein hier. Sumpfschießbude. So, einen Moment. Ja, also einmal sollten wir uns dran warten. So. Hey, Kleine, alles klar. Willst du mein Spiel? Ein Spielkast-Wunsch, 20 Robine. Nee, ja. Das ist zu geil. Die Regeln sind nur einfach. Siehst du, ich zähle dort, da musst du draufschießen. Aber only treffen, mehr nicht. Wenn du nicht richtig mit Joystick-Tierst, trifft die überhaupt nicht. Das ist es eben. Hast du das verstanden, Kleine? He, lustig. Ich und meine Steuerung liegen doch sowas. Oh, ich bin zu schlecht. Wo kommen die denn noch da hinten? Immerhin noch 100 Punkte. Sie hat dich getroffen. So, das war ordentlich. Sehr schön. So, das war's. Äh, shit. Okay, das machen wir im nächsten Mal nochmal. Okay, bis dann und ciao.